So, gerade gab es 4 Momien, naja habe ich es nicht aufgenommen. Ah, ihr seht es ja nicht. Also, vielleicht kommt ja noch was. Ich melde mich jetzt auf 4 Euro fach. Gerade eben auf 1 Euro mit Verlängerung. Sprich 27 Spiele insgesamt. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 6. 6. 7. Super, beide so. Wahnsinn. Krass. So, schon dreimal verlängert. 40 Spiele. Mal gucken, ob er hier nächstens einmal vollkommt. Man weiß nicht, bei so vielen Spielen gibt er Haft nicht. Einmal bis jetzt 4. Deswegen gibt es so viele Spiele. Oh, zweites mal 4. Schauen aber auch. Schade, schade. 3x4. Oh, schade. 4x4 ist wie einmal voll. Und 5x. Ach, schade. Jetzt kommt, ach. Er hat gestartet mit 3 Büchern in einer Reihe. Also auch 3 Forscher. Aber es gibt nicht schlecht, muss ich sagen. Dafür, dass ich nur 1€ drauf hatte. Naja, vorbei. Vielleicht kommen hier nochmal 3 Spiele. Oh, 3 Spiele auf 1€. Oh. Gucken wir mal, was für ein Kack zum Ball kommt. Oh, was. Größter Müll. Oh, 4 Steck. 4 Spiele auf 1€. Das ist gar nicht so. 3€. 4€. 5€. Ok, 4€. 5€. 6€. Johnny zockt. Geil. Das ist ein geiles Bild. Hammer, hammer, hammer. So, dritte Flecke. Symbol Frauen, die bis jetzt fertig sind. Aber das ist ein fun zweiter. Das ist ein guter Pflichter. Und noch ein bisschen weiter. Das trifftεις. Dose in die Bühne. Koffer Held. Das war die Bühne. Dose in die Bühne verlassen. T Sakfe, das ist schon Müller. Da geht es, dass du hier weise. Ja, dann mischen 3x3 Pferde oder 2x und 1x4, weil das ist eine Verlängerung. Daher die 2 AGs. Oh, wow, krasse Sache. Krasse Sache. Oh, das ist alles gut. Krasse Sache. Nix. Ring. Was? Nix. Ringe. Was? Pferde kommen ganz schön fehl, aber leider habe ich es nicht jetzt zum Bohr. Na klar, dann wird es vielleicht auch nicht kommen. Man weiß ja nie. Und? Schade, schade. Wieder drei Pferde. Jetzt beheilt er sich ab. Macht er gleich Pause wahrscheinlich. Scheint so. Oh voll, der voll. Schade, schade. 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 Schade, schade, schade. Ach, schade. Oh, Geld. Na ja, schön was. Ich lasse das Geld gleich raus. Ich lasse das Geld gleich raus. Ich lasse das Geld. Ich lasse das Geld. Ich lasse das Geld. Vielen Dank.